Was gibt es im Supermarkt, was es auf YouTube nicht gibt? You can't touch it, you can't smell it, everything you want. Was haben Sebastian Vettel im Rückwärtsgang und die Luft beim Niesen gemeinsam? Gestank. Auf welcher Seite der Bluse befinden sich die Knöpfe? Keine Ahnung, ich trage keine Knöpfe. Reißverschluss ist besser. Was sorgt in überfüllten Räumen für schlechte Luft? Jeder Einzelne.